Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich bin heute in Kassel, ich hab schon länger Zeit nicht gespielt. Kann ich was abgelegen? Ja, kann ich. Was wäre denn da los? Ich könnte sogar noch einmal abgelegen. Ich würde sagen, ich prob... Warte mal, was hab ich für ein Deck? Kann ich damit leben? Ich probier einfach mal einen Kampf. Ich hab's jetzt so lange nicht mehr gespielt. Das ist seit der letzten Aufnahme, ja. Früher hab ich das öfter gespielt, jetzt spiel ich's nicht mehr so oft. Aber okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh auseinandergenommen von ihm. Mhm. Ja. Mhm. 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 Was soll ich da tun? Kann nichts tun. Jetzt vielleicht? Ja. Bisschen was hat's geholfen. Aber nicht so. 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 Ja. Müsst's reißen. Dann fangen wir da an zu pushen. Genau. Jetzt sind das Ganze nämlich in die Mitte. Ja. Ja. Ich kann ihn noch dazusetzen. Ich hoffe mal, das hilft was für uns. Ja, grad gut kommen wir damit nicht durch. Aber... Es klappt nicht bis jetzt. Ist in Ordnung. Wir haben ja mehr Schrauben und mein Akku. Auf jeden Fall haben wir mehr Schrauben. Ich bin zugefügt. Das ist doch das Wichtige. Ja, wenn der kommt drauf an, wer mich schrauben hat. Das ist doch theoretisch. Kann er mich noch überholen. Aber so wahrscheinlich. ja. Wie kann er sich dann es sagen. wirklich. Genau. Von drittus. Ja. Und dann haben wir hier den Sieg, also ja, Spitz ist doch in Ordnung, was haben wir da für ein Gebot im Shop, ja, das ist in Ordnung, okay, dann würde ich sagen, stimmt, der mir will auf die Ehe, aber ich habe noch einen Pferd, bitte gerne bei Google, und dann sage ich tschüss, und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video, tschüss, euer Eurotrus.